Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9374 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie kommt der Kratzer auf mein Auto? Ich kann es mir nicht erklären. Wie kommt der Kratzer auf mein Auto? Ich kann es mir nicht erklären. Wie kommt der Kratzer auf mein Auto? Ich kann es mir nicht erklären. Im Frühling tanzen viele Schmetterlinge im warmen Wind. Im Frühling tanzen viele Schmetterlinge im warmen Wind. Im Frühling tanzen viele Schmetterlinge im warmen Wind. Ich möchte den Patienten an einen Facharzt überweisen. Was denkst du darüber? Ich möchte den Patienten an einen Facharzt überweisen. Was denkst du darüber? Ich möchte den Patienten an einen Facharzt überweisen. Was denkst du darüber? Das sollte man sich genau ansehen. Am besten mit einer Lupe. Das sollte man sich genau ansehen. Am besten mit einer Lupe. Das sollte man sich genau ansehen. Am besten mit einer Lupe. Als Influencerin ist es wichtig, offen für Feedback zu sein und sich ständig weiterzuentwickeln. Als Influencerin ist es wichtig, offen für Feedback zu sein und sich ständig weiterzuentwickeln. Als Influencerin ist es wichtig, offen für Feedback zu sein und sich ständig weiterzuentwickeln. Wenn du wirklich gute Musik hören willst, musst du Paul und seine Gitarre kennenlernen. Wenn du wirklich gute Musik hören willst, musst du Paul und seine Gitarre kennenlernen. Wenn du wirklich gute Musik hören willst, musst du Paul und seine Gitarre kennenlernen. Ich messe die Breite der Schultern. Ich messe die Breite der Schultern. Ich messe die Breite der Schultern. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.